hallo und herzlich willkommen zu einem beziehungsweise zum ersten part von dem let's play together von modern warfare 2 multiplayer von alex und mir so tobi zeigt euch jetzt mal erstmal seine klasse mit der er jetzt spielen wird also ich spiele mit der um p 45 mit schalldämpfer und vollmantelgeschoss und als sekundär buffer die usp 45 und den rest könnt ihr jetzt sehen der alex liest jetzt seine noch vor ich meine leider vorlesen bei meinem computer nicht zu mw2 noch fast packt oder zumindest die qualität miserabel ist also ich spiele mit der um p 45 auch mit mit blauen tiger streifen und schalldämpfer sekundär für m 93 rafika mit rot punkt selbstsatz handgranate fingerfertigkeit feuerkraft ruhige hand ja okay dann fangen wir mal an hau mal ein match rein so spielen wir herrschaft zuerst mal ja können wir machen finde ich am besten auf favela ist das auch gar nicht mal so schlecht mal gucken was sich da schönes hin naja wahrscheinlich bleibt die map nicht ja ja werden wir ja sehen ja hey hey vorhin ging das schneller maulwurfsmilch 1,5 prozent fett aber es geht doch hier ist somit geil sein Name toll und er hat den nubigsten titel einfach nur drin perfektionist ja guck hier den hab ich auch okay das bringt es jetzt nicht wenn ich dir den zeige aber ja und ah ok hat sie ihn schon ganz am anfang oder wie die kriegt man auch nochmal schnell frei hab ich keinen bock auf Subbase Nein oh mann du hast gerade Subbase weggevote Tobi ja ich habe gute Scheidung haha mach's mir ist geil doch viel lieber ach komm schon noch 13 Sekunden ich weiß nicht präzisionsluftstark oder Harrier Pritz-Harrier Pritz-Harrier Harrier Harrier ja komm schon dum 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 ach die Webcam ist eigentlich unnötig aber ich denke mal dass man die nicht sieht ja ja noch sieben Sekunden ach das dauert immer so edel gut das bei dir nicht dauernd da oben diese Meldung kommt blablabla spielt irgendwas hast du ja nicht so viele Freunde boah hab ich alle wieder gelöscht nee nee jetzt bin ich mal gespannt 3 oh hm 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 Wagener Veränder komm schon das muss doch schneller gehen ich bin dauernd nicht zu gehen ich auch so 5 4 2 1 und schon sich scheiß und dampfend ja ich laufe hoch zu weh Leute ich glaube ich auch nicht hoch zu weh ich laufe haufe Alex auch nö und na ich finde erst ich bin das erste Opfer okay der hat dich gezogen und mich noch geohnt und jetzt hat er mich wieder geohnt boah tschö ach nö hier haben wir wieder so ein äh Messerfritzen und dann werde ich von hinten weg geholt ich wollte ihn gerade holen ich hab sogar einen geholt ich hab einen geholt ich hab einen geholt ich bin zu weit besser auf unserem Team weil ich einen geholt habe okay okay die Gegner haben jetzt A eingenommen was läuft mit uns gerade die haben gerade alle Flaggen okay ich würde mal sagen unsere Gegner sind Pros oder wir einfach nur totale Noobs das ist wie unser Team ist scheiße ja okay aber das ist ja alter dann gibt dieser sag mir ein Headshot da vorne hallo die haben Eiskalt C wo auf C hab ich jetzt eigentlich keinen Bock zu erobern komm schon Leute wo seid ihr ach du freundliche Vorreter uh oh Kinnas ich bin Eingriffvorräter wo seid ihr denn hin au ach wie müssen wir diese Messerfritzen ich hole jetzt mal die Camper hier hinten okay ach lol gibt es keine Camper nur so Messerfritzen es gibt Momentan echt keine Camper hier hinten ist doch gut Alter, mein mautliche Leiterpark, mein Mauch ist die ganze Zeit hier vorne bei dir. Ja. Machst du einfach die Kabel bauen lassen? Ah. Wird auch von unten gehittet? Ach, schrecklich. Kinders. Das muss doch nicht sein. Ich bin einfach Harrier. Ja. Ja, und jetzt hab ich nur noch meine Rafika. Jetzt wurde ich geowned. Ich kotze mich jetzt schon an. Hallo, ich hab da drauf gezogen. Das Spiel kotzt mich jetzt schon an. Geil. Ja, mich kotzen die Gegner an. Weil das irgendwie unnormale Pros sind. Oder ich entweder einfach nur sehr leicht zu töten bin. Weil ich aber auch denke. Aber trotzdem. Ich bin kein Oberpro. Wow. Der erste von denen. Ich hab die in die Säcke geschossen. Mir klaut keiner meine Präzisionszucht stark. Ups. Leul, was hat der denn da hingelegt? Ach, das sind diese Handgranaten. Ja. Die klauen mir meine Präzisionszucht stärker. Die klauen mir meine Präzisionszucht stärker. Meine obere sie geht zurück. Die werden gerade geowned. Oh, ich sterbe und sterbe und sterbe und sterbe und sterbe. Nein, die haben mir die echt gepolt. Oh. Oh. Der mir ist glaub ich was. Ne, ist alles lieb. Hat den schon wieder gemessert. Ich hab auch was Müll gemacht. Boom. Volltreffer. Super. Der hat mich gemessert. Der hat das Bild von einer... Super. Der läuft da mit G18 Akimbo rein. Der Typ kann's. Wow. Leck. Leck. Aber wirklich. Wow, wow, wow. So, jetzt fliegen wir hundertprozentig aus dem Game raus. Ich kann gar nichts machen. Da seht ihr mal, was es für scheiß Host es gibt in dem Game. Alter. Haha, du Tobi bewegt sich rückwärts. Ich versuch schon mal. Hey, das Game läuft wieder. Das Game läuft wieder. Ja. Jetzt läuft wohl ich wieder Schossener. Wir sind doch nicht rausgeflogen, mein Wunder. Ja, das ist wirklich ein Wunder. Gib mir mal einen Headshot. Geht doch. Eine Waffe mit zwei Aufsätzen. Hab ich geschafft. Yay. Aufs Schild. Ach. Ich wollte eigentlich gar nicht halbvergült. Egal. Kann passieren. Alter, ich knife den und der gibt mir einen Headshot. Scheiße. Das klingt. Ah. Ah, super. Kinders. Das muss doch besser funktionieren. 3 zu 147. Und dieser Messer-Noob, ne? Ja, ja. Ich weiß. Das ist voll krank. Die ganzen Fotzen hier. Nein. Das muss doch besser gehen. Jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht. Warum wusste ich das? Ich bin ein neues Zwistos. Ich bin ein neues Zwistos. Er steht. Wow! Das hat mich gerät... Abwurf! Oh nö! Ich hab Abwurf. Ok Heile gescheit ich bin ein von Harrier okay ich bin sehr tätig ooooh Scheiss Messerfraße wer der mich gekillt hat der war in einem Raum aber das wieder weg werd ich mit dir hm super klasse hab Harrier cool boah das ist meine Abschussserie ok Notfall Abwehr was ist mies Notfall Abwehr ok allerdings bringt mir der nichts mehr ich wollte ihn nur noch akzeptieren hm super klasse sehr gut guck siehste Notfall Abwehr wow wow Geowned hab ich sie geowned hab ich sie ok 29 14 Okay, das war jetzt erstmal das erste Spiel und wir sehen uns dann bis demnächst. Ciao.